Bereits am 2. Dezember gab es für Grimmas Grundschul und Kita-Kinder vom Jugendblasorchester ein eigenes Weihnachtskonzert. Zum dritten Mal spielten die Musiker dafür in der Muldentalhalle auf. Der Beginn einer kleinen Tradition. Damit das Konzert aber auch zu etwas Besonderem wurde, gab es auch die passende Moderation von Schneefrau Claudia, die mit den Kindern in Interaktion trat. Hallo Kinder! Ich bin jetzt so schnell gerannt, es ist ja warm draus. Guck mal, mir hat es die dritte Kugel. Ich bin ganz so schmolzen. Die Möhre habe ich mir jetzt umgehangt, die ist mir auch aus dem Gesicht geschmolzen. Geht so, oder? Kann man noch erkennen, was ich jetzt bin? Ja, was bin ich? Ein Schneemann. Oh Gott, mir ist so warm. Ich bin hier, ich suche ein Konzert. Ich bin ja auf der Suche nach einem Weihnachtskonzert. Hier soll irgendwo eins sein. Ich bin doch in der Muldentalhalle, oder? Ja. Weißt du, wo das Konzert hier ist? Ja. Oh, ja, da bin ich richtig. Das ist ja ein richtiges Orchester. Ist das schon zu Ende? Nein, wann kann das angefangen? Ach Gott sei Dank, bin ich doch nicht zu spät. Gut eine Stunde dauerten die zwei Konzerte jeweils an. Dabei erklangen nicht nur Lieder wie Oh du Fröhliche oder Oh Tannenbaum. Natürlich durfte auch die Titelmusik von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel nicht fehlen. Die Kinder durften auch Lieder erraten und selbst im Orchester mitspielen. Musik Aber was wäre ein Weihnachtskonzert mit Schneefrau ohne Weihnachtsmann? Als dann gleich zwei eintrafen, schauten die Kids nicht schlecht. Das musste erst mal geprüft werden. Jetzt haben wir gleich zwei Weihnachtsmänner. Aber ich habe gerade schon den Weihnachtsmann-Check gemacht. Die Bärte sind echt. Die haben gebrüllt, als ich gezogen habe. Und die Säcke sind auch voll. Wann musst du da beide hier lassen? Ja, ne? Das ist ja klar. Das ist ja sogar noch besser, wenn wir zwei hier haben, ne? Aber für die Süßigkeiten wollten die zwei auch ein oder zwei Ständchen hören. Nichts leichter als das. Musik Gut zu tun hatten dann beide Weihnachtsmänner ihre Überraschungen zu verteilen. Die natürlich alle wurden. Bei den Kids schien das Konzert anzukommen. Dafür nehmen sich die Musiker extra Urlaub oder lassen sich freistellen. Die Kinder wollten auch gleich noch eine Zugabe. Musik Das haben wir doch schon gehört. Das haben wir doch schon gehört. Das kann man aber ganz klar sehen. Das geht doch. Musik 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 Musik